Hallo und herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag heute mit diesen Themen. Lehre am Ball, ein spannendes Heimspiel der VU Feldkirch, sowie die aktuellsten News, Wetter und Sportinformationen. Am 24. November heißt es wieder Lehre am Ball. Dann findet wieder der größte Lehrlingsball im Ländle statt. Und die Jugendlichen stehen schon in den Startlöchern, denn diese Woche startet der Kartenvorverkauf. Alle Infos dazu und einige Bilder vom letzten Jahr sehen Sie jetzt. Lehre am Ball ist auch heuer wieder angesagt. Am 24. November steigt im Bregenzer Festspielhaus bereits zum fünften Mal der Vorarlberger Lehrlingsball. Diesen Freitag, pünktlich um 14 Uhr, erfolgt in allen Hypo-Landesbanken der Startschuss zum Kartenvorverkauf. Gut, wer sich da rechtzeitig an die Verkaufsstellen begibt, schon im letzten Jahr gingen die Karten weg wie die warmen Semmeln. Bereits nach wenigen Stunden war der größte Ball für Halbergs ausverkauft. Der Bedarf ist da, die Lehrlinge freuen sich schon das ganze Jahr. Und ja, ich glaube einfach, dass das Interesse seitens der Lehrlinge und der Bedarf einfach da ist für diesen Ball. Wer zuerst kommt, mal zuerst heißt das Motto und wer dabei sein möchte, der darf sich auf ein tolles Programm freuen. Tanz und Musik mit der Gemma Robertson Band stehen ebenso auf dem Programm wie Showworks mit Lehrlingen und Ausbildern der Freiberger Industrie. Dazu gibt es die Ehrung ausgezeichneter Lehrabsolventen und natürlich auch in diesem Jahr wieder den Dancefloor mit speziellen Shows und Live-Performern. Also den Termin fett in den Kalender eintragen. Am 9. November um 14 Uhr startet der Kartenvorverkauf. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den aktuellsten Nachrichten des Tages. Bernadette Mendel folgt Stemer. Die derzeitige Landtagspräsidentin wurde heute von Landeshauptmann Markus Wallner als Nachfolgerin des zurückgetretenen Landesrates Sigi Stemer vorgestellt. Bei der Landtagssitzung am 14. November wird sie dann offiziell als Landesrätin gewählt. Dr. Gabriele Nussbaumer, derzeitige Landtagsvizepräsidentin, wird Mendelsplatz als Vorsitzende des Vorarlberger Landtags einnehmen. Pikal trotz Schäden. Ein Oberländer Kfz-Mechaniker wurde heute am Landesgericht Feldkirch wegen Amtsmissbrauchs in zwei Fällen zu einer unbedingten Geldstrafe von 1.440 Euro verurteilt. Der Mann hatte laut Richter Ottmar Kraft zwei Pkw trotz starker Rostschäden Pikal gegeben, obwohl er von den schweren Mängeln wusste. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Und hohe Auszeichnung für den Frassdanzer Günther W. Ammann. Gestern fand in London die Verleihung des Senses Wellness Award statt. Ausgezeichnet wurden die Besten der Besten der Spa- und Wellnessbranche sowie die exklusivsten Luxusressorts und Lifestyle-Produkte rund um den Globus. Der Geschäftsführer von Samina, Günther W. Ammann, gewann den begehrten Senses Lifetime Award und damit die höchste Persönlichkeitsauszeichnung, die Senses, vergibt. Gestern ging es in der Vorarlberghalle in Feldkirch spannend zu und her. Die VU Feldkirch traf auf den HK Triglav Kram und wir waren mit dabei. Am Samstag musste sich die Frassdanzer VU Feldkirch im Lände, da bei dem E. hat sie übrigens auch bald noch mit 2 zu 3 nach Penaltyschisten geschlagen geben. Am Sonntag sollte sich das Blatt für die Montfortstädter wenden. Gegen den HK Triglav Kram lief es von Beginn an nach Wölsch. In der zehnten Spielminute war es soweit. In der Vorarlberghalle durfte zum ersten Mal gejubelt werden. Verteidiger Colioni stellte mit einem Backhand-Schlänzer auf 1 zu 0. In der gleichen Tonart ging es weiter. Nur zwei Minuten später klingelte es schon wieder im Kasten der Gäste. Dornic erhöhte im Powerpoint auf 2 zu 0. Die VU also klar im Vorteil und die Hausherren drückten weiter aufs Tempo. Drei weitere Minuten später durften die Vorarlberger bereits zum dritten Mal jubeln. Wiedmeier steht auf 3 zu 0. Der Braten schien gegessen. Die Gastgeber scheiterten nun mehr als einen Gang zurück. Krann witterte seine Chance und nutzte diese auch. In der letzten Minute des Startdrittels sorgte Jura Jevcic für den Anschlusstreffer der Slowene. Die Gäste durften sich allerdings nur kurz über den Treffer freuen. Nur zehn Sekunden später war Feldkirch wieder zur Stelle. Dornic sorgte im Alleingang für den nächsten Treffer der Hausherren und so gegen das Bein 4 zu 1 zum ersten Mal in der Kabine. Auch im Mittelabschnitt war das Tempo hoch. Die Slowenen kamen immer besser in Schwung und erzielten den Anschlusstreffer durch Kuraz. Feldkirch war an diesem Tag aber einfach zu clever und konnte in den entscheidenden Momenten immer zulegen. So scoorte zunächst Rina zum 5 zu 2. Gabher Meier doppelte ebenfalls noch im zweiten Drittel auf 6 zu 2 nach. Im Schlussabschnitt zeigten sich die Gäste aber wesentlich aggressiver. Diese Spielweise wurde dann auch belohnt. Die Saison in den heimischen Amateur-Fußballklassen neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Am Wochenende standen unter anderem in der Freiberg-Liga und in der ersten Landesklasse die letzten regulären Runden des Herbstdurchgangs auf dem Programm. Rot-Weiß-Rankweil unterlag dabei dem SC Fußsach vor eigenem Publikum 1 zu 2. Wir haben gut angefangen durch das Tor, das doch glückliche Tor. Wir haben es ja bis zur 30. Minute eigentlich gut im Griff gehabt, sind wir gut gestanden und jetzt haben wir durch irgendwelche Gründe auch immer irgendwie den Faden im Spiel verloren. Brederis kam gegen Kennelbach ebenfalls zu Hause mit 0 zu 4 unter die Räder. Alle Tore, die Stimmen zum Spiel und Tabellen gibt es ab Dienstag im Ländle-TV-Wochenmagazin zu sehen. Und Team-Einsatz für Eiseke Kreck Martin Ulmer, der Angreifer aus Dornbirn, wurde von Coach Manny Viveiros für die Euro-Hockey-Challenge in Laibach nachnominiert. Von 8. bis 10. November spielt das heimische Nationalteam gegen Frankreich, Italien und Slowenien. So viel zum Sport und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das sehen Sie jetzt. Nur zwei Tage nach einem Erste-Hilfe-Kurs musste Florian Hechenberger, Zivildiener in der Pfarre Dornbirn-Hatterdorf, sein Wissen bei der Rettung eines Herzinfarktpatienten unter Beweis stellen. Ob Gewaltverbrecher oder Betrüger, Strafverteidiger Simon Mattis zieht die spektakulären Fälle an. Und VN-Umfrage, Vorarlberger vom eigenen Fleiß überzeugt, 70% glauben fleißig zu sein. Die Mehrheit ist davon überzeugt, dass Vorarlberger fleißiger sind als Innenösterreicher. Das war's auch schon wieder von Ländle-TV, der Tag vom 5. November. Sie sehen jetzt noch das Wetter für morgen und die nächsten Tage. Ich verabschiede mich bei Ihnen und freue mich auf morgen. Tschüss. In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen 1 und 10 Grad. Der Wind weht mit 10 kmh aus Südwesten. Morgen bleibt es unbeständig. Mehrheitlich überwiegt eine starke Bewölkung. Und schon am Vormittag setzt wieder leichter bis mäßiger Regen ein, oft auch in Schauerform. Dabei wird es kühler und die Schneefallgrenze sinkt am Nachmittag gegen 700 Meter. Die Tiestwerte liegen zwischen minus 3 Grad in höheren Seitentälern und plus 4 Grad im Rheintal. Die Höchstwerte am Dienstag 4 bis 9 Grad. Am Mittwoch bleibt es trocken, sonnige Abschnitte dürften aber von ausgedehnten höheren Wolkenfeldern immer wieder unterbrochen, beziehungsweise zumindest abgeschwächt werden. Die Tiestwerte am Mittwoch minus 5 bis plus 3 Grad. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 9 Grad. Am Donnerstag ist es anfangs sonnig, im Bodenseeraum auch länger neblig. Tagsüber ist es in den sonnigen Regionen auch relativ mild. Und am Freitag ist es dann sonnig bei Temperaturen von 2 bis 9 Grad. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.